Einiges an Leder. Ich brauch eigentlich nur drei. So war das doch, oder? Ja. Zack. Ich probier mal, einfach mal, weil hier die Wand jetzt eh leer ist. Hoho. Guck dir mal. Das ist die, bis jetzt die ich erkundet habe. Und dann geht's hier weiter. Kann ich dann immer mitnehmen und immer weiter erkunden. So. Also Gunpowder ist auch ganz, 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 ganz wichtig. Weil Gunpowder und Papier. Das ist jetzt Duration 1. Ich mach mir einfach erstmal Duration 1 Dinger. Was ist das? Auch Duration 1, ne? Ach, warte mal. Nehme ich gleich mal mit. So. Hör, ich find, da ist kaum Unterschied zwischen Duration 1 und Duration 3. So. Das ist auf jeden Fall wichtig. Das will ich auf jeden Fall füllen. Das ist der größte Fail gewesen. Und, und Leder können wir eigentlich wieder zurück. Ne, 3 muss ich noch machen. 3 muss ich noch machen. So, für hier. Die Map muss ich auch noch machen. Maps. Das war echt abnormal. Was ich, ich bin das hier, guck, 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 guck. Für die, die es nicht wissen, die nicht dazu geschaut haben. Ich bin hier los. Ich dachte mir so, ach komm. Kill ich mal hier ein paar Endermen. Waren keine Endermen da. Läufe ich hier so weiter. Was ist denn da? Ach, cool. Die, 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 diese neue Tundra. Hatte ich ja noch nicht, ne? Hab da erstmal ein bisschen gechillt, ne? Weitergelaufen, weiter. Oh, fuck. Ich hab mir jetzt so, so gedacht so, oh. Endermen gibt's hier bestimmt nicht, ne? Ja gut. Ah, es geht wieder nach da. Fuck, wie groß ist denn diese scheiß Eis-Sache? Ja, immer größer, immer größer. Ey, wie übertrieben groß ist denn das? Sind das verschiedene Größen? Sieht irgendwie so aus. Das passt irgendwie nicht genau aufeinander. Fällt mir grad auf. Das da passt ganz gut. Aber das da kommt mir so vor, als ob das nicht aufeinander passt. Hm. Vielleicht ist das doch eins. Wie sehen die Pixel? Pixel sehen gleich aus. Ich glaub, das... Ne, das ist genau gleich groß. Ja, guck mal ja von diesem Radius an des Laufens. Okay, ne, auf jeden Fall bin ich weitergelaufen, ne? Und von dort aus hab ich mich teleportiert so irgendwo hier hin. Weil ich dachte, das wär schneller. Und ich müsste... Ich bin halt in die falsche Richtung gelaufen, statt in die Richtung. Ja, dann bin ich halt hier so hochgelaufen, bis ich gecheckt habe, oh fuck, ich bin ja hier nach da gelaufen und durfte ich hier wieder hoch. Also ja, okay, das habt ihr jetzt alle schon gesehen. Also gerade, das war ja vor kurzem... Oh, mein, bin ich doof. So. Aber... Falsche Küste. Ah, ich bin glücklich, dass ich wieder hier bin. Jetzt kann die Mission weitergehen. Mission... Kongstar. Ne, wie heißt das? Stronghold. Erstmal Koordinaten aufschreiben. Das ist gerade echt wichtig. Also, zu Hause ist... Minus... 1,7,0... Und... 2,1,4... Ja, okay, das war jetzt nicht so weit entfernt. Aber... Ich bin gerade echt voll erledigt irgendwie. Ich bin gerade echt voll erledigt. Ne, komm, ich geh, Dinger. Ich suche nach ein paar Endermännern. Wenn die mir schon so viele Probleme bereitet haben. Warte mal, ich brauch die ja nicht mehr. Wenn die schlafen. Ich brauch die ja echt nicht mehr. Ne, doch, komm, ich... Ich scheiß auf Endermänner. Fürs Erste, ich brauch die nicht. Ich mein, wenn ich zum... Im End bin, dann... Bin ich... Ich hab Screenshot gemacht. Kann ich auch jetzt mal machen. Haha. Wenn ich dann im End bin, dann hab ich ja eh mehr als genug. Hallo, Creeper. So. Soll ich vielleicht schon mal suchen? Ne, okay, bringt mir aber herzlich wenig. Ich brauch ne Dier-Rüstung, die voll enchanted ist. Nicht... Das bringt mir als herzlich wenig. Ich brauch Tränke, Enchantings und vielleicht bessere Bogen sogar. Bogen auf jeden Fall verzaubern. Ah, Diamanten. Wunderschön. Wunderschön. So, was wir halt machen ist... Wir machen uns voll... Full Dier. Oh, das ist so ne Verschwendung für... Also, es fühlt sich grad so für mich an. Plötzlich diese ganzen Diamanten. Ich seh, wie die Zahl schwindet. So, wir haben Full Dier. Oh, wir haben... Wieder grad mal ein Stack. Full Dier haben wir. Und die tun wir erstmal hinter. Hier, das ist für den Ender Dragon Fight. Ich hab hier noch ne Show Flows Dier. Verdammt. Hier haben wir Effizienz. Oh, das ist das, was ich brauchte. Protection. Powerfalling. Power. Sharpness. Okay. Ich guck mal, was das Beste für ein Drachen Fight ist. Die beste Ausrüstung. Und währenddessen kann ich ja schon mal... ...ein paar Sachen sortieren. Ja, ich sortier bisschen. Vor allem währenddessen. Ich kann doch nicht währenddessen gucken. Wenn ich jetzt hier was mache, dann mach ich hier was. Als ob ich so multitaskingfähig wäre. Ich hab hier auch noch sieben. Verdammt. Ich brauchte nur ein Obsidian. So viel Verschwendung von Zeit. Hab ich noch nie auf einen Haufen gesehen. So, alles sortieren. Gravel. Komisches Steinarten. Komische Steinart. Sand. Sandstein. Oh, wir haben wieder... Oh, Sand. Hab ich noch mehr Sand? Ne, ich hab noch mehr Sandstein. Fuck, ich hab... Ich hab doch nie so viel Sand mitgenommen. Holz. 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 Holzart. Holz... Holzdinger. Holzdinger. Äh... Backe, Backe, Kuchen. Gemüse. Backe, Backe, Kuchen. Kakao. Kakao. Dann... Samen. Höllenschein. Jetzt lass ich mir noch mal eins. Das ist übrig für... Ja, mach mal. Irgendwie so. Dann... Machen wir es so. Wieso hab ich so viel für das gelassen, aber so wenig dafür? So, okay. Das ist jetzt aussortiert. Es gibt ja diesen neuen Neverwrecktile Scheißdinger da. Okay. Glas. Cobblestone. Das nehm ich auch einfach, glaub ich. Ne, ich vergesse es eh rauszuschneiden. Okay. Cobblestone. Stoneart. Grable. Sandgedöns. Dreck. Holzgedöns. Holzart. Ja, dieses Versorgers Bruce. Echt? Ich dachte hier Dark... Darkdings. Mh... Dann... Flint. Gemüse. Jetzt dann... Okay. Ähm... Hier noch einmal. Zack. Dungeon-Gedöns. Dungeon-Gedöns. Mobdrop. 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 Redstone. Und zu guter Letzt. Kaktus. Wieso hab ich so viel Kaktus? Wieso hatte ich echt einen Steck Kaktus bei mir? Wieso hatte ich einen Steck Kaktus? Wozu? So. Ich mach mir nochmal eine neue Dia-Axt unten. Ja, der Bogen hält voll. Der ist vollkommen klar noch. Ich glaub für den Fight würde er sogar noch... Ne, ich... Ich mach mir, glaub ich, dann echt lieber neun. Verbesseren. So. Eins, zwei. Eins, zwei, drei. Wie kriegen wir diese neun coolen Bögendinger her? Was... Äh... Nicht Bögendinger. Fuck. Hm. Ach man, wo ist das wieder? Fuck. Feuer. Äh... Ah man, nee. Wo ist Bogen? Wo ist der Bogen? Hm. Ich find ich nichts. Ähm. Diese... Es gibt ja neue... Ach so, das ist... Craftet man die? Zum Beispiel Pfeil der Heilung, Pfeil der Langsamkeit, Pfeil der Nachtsicht. Ah. Ah, Feuer drängen und außenrum Pfeile. Ah. Und dann gibt's noch den Spektralpfeil. Kann ich, wenn ich Unendlichkeit habe? Oh, das muss ich mir auch nochmal angucken. Das heißt, ich muss mir das machen, ne? Das heißt, ich hab hier Splash, geht nicht, ne? Auf Weakness. Oh. Ich liebe Katzen. Oh. Das erschreckt mich immer voll, wenn ich so voll tief drin bin. Äh. In Minecraft. Ich liebe Katzen. Guten Tag. Oder guten Abend, besser gesagt. Ich mach grad nicht viel. Ich versuch, mich nur ein bisschen vorzubereiten, so für... So einen Ender-Dragon-Kampf. Einfach so, ne? Wie ich das halt mache... Pfff. Aber ich weiß halt nicht, wie so... Das scheiß funktioniert. Wie man alles braut. So klug bin ich nicht. Fuuuck. Mir fällt grad auf, ich hab keinen Blaze-Powler mehr. Für wie lange hält das eigentlich? Hab ich hier nicht noch ein paar... Ja, die hab ich noch voll. Nice, die hab ich immer noch voll. Das heißt, ich kann nur noch einige Getränke machen. So. Ich würde sagen, wir machen uns... Ja, wie viel Platz haben wir hier? Acht Heile? Ne. Machen wir immer so drei, 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 drei. Und hier noch ein paar Pfeile. Ja. Und... Verzauber... Ne, nicht Verzauberung. Alchemie. Wo ist Alchemie? Alchemie. Schmelzen, schmieden, schleichen, sprachen. Verzauberung. Äh... Fug, wo ist... Hä, wo ist Alchemie? Ich bin grad echt voll blind. Super blind. Da, Brau... Ne. Ist ja keiner... Ja, nur Braustand. Okay. Gibt's hier nicht irgendwie so... Gibt's hier natürlich nicht. Ich suche es einfach mal. Ich hatte irgendwo. In irgendeinem Ordner. Irgendwas von wegen... Warte mal her. Nein. Wie man was braut. Oh, ne. Hab ich wieder nicht. Minecraft... So... Ich brauch einfach ne gute Liste, wie man was braut. Eine, die man lesen kann. Oh, das ist ja 4 Pixel auf 4 Pixel. So, das schaut schon mal von HD aus. Okay. Okay, ich will... Potion of... Äh... Strength 2. Das heißt, ich brauch... Das ist ein Gelb. Ach, Gloucester und das. Das ist Gelb. Das heißt... Zum Verstärken ist das... Aber das hält aber nicht so kurz. Blaze Polar... Oh, ich hab kein Blaze Polar mehr. Verdammt. Hm. Ich kann ja auch einfach... Water Bottle mit... Red Stone... Mit... Ne, war... Mit... Alles Mögliche. Und... Äh, ich bin für Witz. Was macht es da? Was ist blau? Was ist blau? Spinnenauge. Ne, ist dann aber wie Weakness. Auf Strength komme ich dann so oder so nicht mehr. Regeneration wäre aber alles Schwächte. Ja gut. Fragmentiertes Spinnenauge. Dann mach ich mal. Überall ein fragmentiertes Spinnenauge rein. Wird schon klappen. War ich grad echt so schlau und hab da was rein? Ja, genau. Brauchte ich mir grad... Ich kenn echt diese ganzen Rezepte nicht. Ich bin nicht so schlau. Ich bin nicht so Minecraft Pro. Ich nehm da wieder was mit. Hab ich hier noch ein paar Warts? Yep. Nehm ich mir mit. Was brauch ich denn noch? Redstone... Redstone... Nehmen wir auch gleich mal ein bisschen mit. Die Musik ist ein bisschen laut. So. Äh, wir machen's glaub ich übereinander. So. Dass wir für alles immer einen... Ja, boah. Es will für alles ne eigene Spalte haben. Äh, loll. Spalte. So. Okay, was haben wir hier? Water bottle no effect. Das ist Potion of Weakness. Das ist zum Trinken. Dann brauchen wir Gunpowder. Haben wir, glaub ich, fast alles weggegeben. Vier Stück haben wir noch. Nicht gut. Alter, wieso brauch ich so viel Gunpowder? Hm. Mhm. Wenn ich Gunpowder, dann ist es ja Dings. Und noch Weakness. Wie krieg ich... Wie komm ich auf Weakness? Boah, wo ist die Liste? Potion of Poison. Poison of Weakness. Weakness Extended. Einfach nur länger. Dazu brauch ich Rot. Rot ist Redstone. Also Rot verlängert. Und Gelb... Gut. Ich lass einfach... Ich tue einfach jetzt überall Dings rein. So. Jetzt hab ich überall dann Splash of Dings. Jetzt aber auf Heilung komm ich da nicht. Ich brauch... Oh doch, hier. Ne, auf Heilung komm ich, stimmt. Ich brauch Melone. Oh, ist fertig. Zack, zack, zack. Zack, zack, zack. Zack, zack, zack. Okay, das versuche ich dann irgendwie auf ihn zu werfen. Also auf den Ender Ring dann. Das ist mein Weakness. Darunter kommt dann Heilung. Dazu brauche ich... Langsam hab ich keine Water Bottles mehr. Langsam kann ich auch nicht mehr reden. So. Heilung brauche ich Glitzer Melone. Habe ich Gold... Wogegen glaube ich hier? Melone und Gold Nugget. Melone und Gold Nugget. Melone. Ah, zum Glück hab ich die nicht weg. Aber kann man die nicht auch zurückcraften in Nuggets? Geht sogar echt. Komm, hau ich her. Wie geht so gedicht? Oh, muss ich nicht ernsthaft so machen. Oh, doch muss ich. Jetzt hab ich zwei. Oh mein Gott. Fünf Stück rentiert sich aber auch nicht. Alter, ist das viel. Aber Heilung ist halt schon geil. Ich nehm das mal mit rüber. Die Melonen und Gold Nugget. Dann weiß ich, dass ich die hier brauche. So ungefähr. Dass hier ein Stack und hier ein Stack immer ist. Und das sollte auch dann irgendwann gefüllt sein. Aber ich brauche auch noch Melonen. Äh, ne, Karotten. Goldene. Okay. Jetzt ist hier nix drin, ne? Aber drei kann ich ja schon immer entbehren. Oh, nein. Nur eins. Ist das aber schon abgezogen worden? Ja, ich glaube...